Willkommen zu einer neuen Folge, King of Real Tech. Wir haben quasi eine Liefer-Einheit. Wartet, ich glaube der meint das hier. Jetzt muss ich den Definer. Ähm, real. Das ist neu. Ich hab das Spiel seit 2, 3, ich hab nicht mehr Spiel. Ähm. Ähm, Artikel bestellen. Die Funkanforderung. Da, warte. Ähm. Das war nicht nur so, dass du den Lekt für den Motor auch nicht. Ähm. Ich hab das. Die Funkanforderung. Die Funkanforderung. Ja. Vielen Dank. Sorry, Leute, für die Glocken. Sorry, Leute, dass hier meine Tastatur gehört. Sorry, Leute. Sorry, Leute. Sorry, Leute. Sorry, Leute. Wartet, Leute. Sorry, 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 Leute. und Vielen Dank. Ja, draußen bin ich nicht für zuständig. Vielen Dank. 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 Mal gucken, ob wir die Sachen gut verkaufen können. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.